Huch. Sobald du in Sicherheit bist, first, dann Leuchtsignal. Wenn ich das sehe, werde ich mich zurückziehen. Scheiße. Oh, Befehlsverweigerung? Das sind Sie doch Spezialist. Komm hier. So. Wie ein echter Australier. Sieht gut aus. Auf die Beine, Jungs. Und los. Der hat einen Narren an dem Jungen gefressen. Selagere. Ich nehme es mit euch allen auf. Ja, super. Du verleidt, aber ich nicht. Ich bin hier das Opfer. Gibt es hier keinen Weg? Nein. Natürlich nicht. Schön. Na, wir bleiben bei der Waffe. Wobei. Ach komm, scheiße. Wir bleiben jetzt hier. Wieso muss ich das jetzt machen? Weil wir einem Jungen helfen wollen, nicht zu sterben. Ey. So. Juhu. Juhu. Jede Kugel einzeln nachladen. Juhu. Sehr schön. Aua. Wow. Gut, damit die Waffe jetzt leer ist. Wow. Ja, und tot. Ja, ich muss erstens lernen, mehr zu reden und zweitens, mich woanders in Deckung zu bringen und eine andere Waffe vielleicht davor auszuwehen. Mit einem besseren, zieferen Rohr und mit mehr Wumms. Also ich hätte im Endeffekt mein Schauschützgewehr behalten müssen, damit ich nicht sterbe. Ja gut. Ich liebe Ladebildschirme. C'est la guerre. Ah, das war ein Fehler. Ja, juhu, toll. Wow. Nachladen. Umso schneller die Waffe leer ist, umso schneller kann ich eine bessere nehmen. Aber ob es eine viel bessere gibt, ist die nächste Frage. Okay. So. Da oben liegt da jetzt auch noch einer, wenn es hier täuscht. So. Erstmal schauen. Andere Waffe. Okay. Okay. In der Zone hätten wir auch ein bisschen was, aber nicht gerade allzu viel. Nur fünf Schuss. Okay. Müssen wir damit umgehen können. Bringt jetzt nichts, haben nichts anderes. Ne, aber unsere gute Waffe hätten wir noch. Dann fändest du das Schuss. Oh, und die hat ordentlich Wumms. Okay. Kugel naheladen. So. Naheladen. Die, wo mir quält man. Bin ich ehrlich. Gibt es hinten irgendwo noch was? Hm, nicht so irgendwas. Hm, 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 hm. Nicht so wirklich, schade. Okay. Wir stürmen allein einen vor. Oder eine Festung, ja. Ich habe gesagt. Das ist ja kein Vor, sondern eher wirklich eine Festung. Wenn man sich so überlegt hat, man vor 100 Jahren noch in solchen Festungen gekämpft hat. Aua. Geh, 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 geh. Ah, ich bin nur weggekommen. Die wollen nicht rennen. Ah, 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 ah. Wieder alles von vorne. Das ist ärgerlich. Ja, man glaubt es kaum, ich ärgert es jetzt auch. Aber wenn man sich so überlegt damit vor 100 Jahren mal in den Festungen gekämpft hat, weil man einfach nur in dem Glauben war von früher, sowas schützt einen. Und man wird dann nicht von der Ferne attackiert. So eine Art. Ja, das war Fehler. Das wollte ich gar nicht werfen. Naja, egal. Weiter, weiter, weiter. Und es geht los. So, in dem Bereich. Jeder, der zirngekommen will, muss hier durch. Jeder muss hier durch. Nachladen. Nachladen. Nix, steh weg. Hop, hop, hop. Ich hab keine Zeit, um auf euch zu warten. So, nachladen. Ist da oben der Typ noch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Okay, gut. So, Munition aufsammeln. Nachladen. Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Da oben ist nur einer. Wo ist der Schauschutze? Jetzt sind sie mir nicht da, oder? Sie ist richtig. Kein Schauschutze. So, jetzt bin ich total heiß jetzt gerade schon wieder. Okay. Au. So, geh mit da drüber. Ich bin ein Falko und ich weiß. So, den haben wir ausgeschalten. Bitte nicht. Ach, komm schon. Den haben wir jetzt ausgeschalten. Einen Schuss hätten wir noch. So, lad nach. Flop. Nachgeladen. Aua. Okay. Au. Das ist gleich um uns geschehen. Da kann er uns nicht treffen. Wir können ein bisschen generieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Oder auch nicht. Schaut ihr überhaupt mal drüber? Aua. Okay. Ich geb's auf so. So. Aua. Au, 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 au. Hab ich den zerwischt? Jetzt ist natürlich der Schauschutze noch da. So, durchs Gebüschchen durch. Klack, klack, klack. Und wir laufen jetzt weiter. Wohin muss ich eigentlich? Immer gute Sachen mal zu wissen, wie ich hin muss. Da anscheinend nicht hin. Ah, Schauschutze gehöre wieder. Aber ich bin eigentlich halt zufrieden mit der Waffe. Auch wenn ich kaum Schuss hab. Und ich muss da oben rein. Okay. Abwand, abwand. Feuer. Eine Kugel nach. Nein, hier komm ich nicht durch. Nachladen. Schuss, 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 schuss. So. Headshots. Headshot. Fünf Schuss noch. Wie weit hoch müssen wir? Ich hab Angst. Ich hab... Ich mag jetzt wie immer weiter. Oder so. So. Kann jetzt doch grad recht sein. Nein, jetzt wirklich. Was ist ein Engländer? Das haben sie immer schon gemacht. Ein verdammter flammender Wurf. Oh. Oh, 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 oh. Woop. Ich stehe den it, Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal.